Und damit, okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Ouija's Mansion 3. Ihr wisst alle Bescheid, wo wir uns befinden. Guys, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, oben auf dem i ist sie nochmal verlinkt. Da haben wir gegen irgendwelche magischen Geister gekämpft. Ganz interessant und vor allen Dingen todesknapp. Falls ihr es verpasst habt, schaut das auf jeden Fall an. Das hat mir nur Geld gegeben. Schade. Hier kann ich auch nicht wegsaugen. Es geht schon gut los hier. Die Strandbar steht uns heute bevor. Und... Das ist das. Okay. Wir müssen da irgendwie durch das Schiff durch. Sehe ich das nicht richtig? Doch, doch. Ja, da ist die Tür dahinter. Ja, jetzt mach doch mal auf hier die Tür. Oh, wir kriegen einen Call. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff überhaupt hier zu suchen? Egal. Du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas sehr Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also, auf zum Labor. Beeil dich. Ja. Da können wir doch gleich mal unsere wunderbare neue Laborfähigkeit ausprobieren. Mit der wir uns direkt zum Labor teleportieren können. Wunder, wunderbar. Ah, Luigi. Ich habe dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen der Toads erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimme, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckweg-FLU weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. Somit schickte ich den Toad auf Suche. Allerdings... Nun ja, seht ihr das hier mal, Luigi? Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Toad gegeben hatte. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, das ist da unten bei dem... Das ist ein Turbolader, oder nicht? Das ist unten bei dem... Die schlimmste Etage, meiner Meinung nach. Voll aus wie ein Turbolader. Also, Need for Speed. Ich habe keine Ahnung von Autos. An den Raum kann ich mich sogar erinnern. Das war der Raum, wo unten das Juwe war und links alles schwarz war. Der ganze Raum war links schwarz. Baba, ich habe die Kamera verloren. Baba, ich habe sie ja noch kaputt gemacht. Aber ich muss ja nicht bezahlen. Baba! Das sehe ich auch so. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Toad von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch, oder? Das sollte dir doch helfen, den Toad zu finden. Das Wichtigste ist aber, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheurige Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Also los, Luigi. So, Technik hier. Hat der Typ einen Turbolader? Und dieser Turbolader macht irgendwas an meinem Schreck weg, dass ich das Schiff wegkriege. I guess. So, let's take the elevator down. Lasst uns nach unten fahren. Hallihallo. Da war ich jetzt doch eine Zeit lang weg und bin wieder da, so wie die Boomer-Ränge. Aber ich muss Frisbees sagen. Deswegen fahren wir doch mal wunderbar nach hier. Und mein Mikrofon ist schon wieder los. Heute habe ich tatsächlich wieder nichts Spannendes zu erzählen. Das tut mir leid. Ich habe nicht immer spannende Themen. Beim letzten Mal haben wir direkt mit dem Thema angefangen, wie so ein Computer wichtig ist für Arbeit, fürs Zocken und so weiter. Und heute habe ich tatsächlich gar kein Thema dabei. Aber das können wir ja machen. Dass ich mir immer so ein Thema überlege oder halt so gucke einfach auf, weiß ich nicht, auf irgendeiner Seite der sozialen Medien und dann so ein allgemeines Thema raussuche. Weiß ich nicht. Kann man ja machen. Oder man philosophiert über das Wetter und fühlt sich, als wäre man 50. Ja, ich finde dann doch das andere besser. Wir können darüber philosophieren, wie viel Geld wir haben. 27.000. Das ist schon strong. Wir müssen einfach nur hier durch. Ach, jetzt hör doch auf. Komm. Nee, komplett lost. Ja, komm hier. Zack. Zack. Wunderbar. Beide auf einmal. Let's go. Und rein da. Könnt ihr euch auch triviale Fakten geben? Luigi besteht aus einer Form, also Luigis, Fluigis Körper, also das von dem Grünen, dem anderen, besteht aus einer Form von Geisteressenz oder Geisterextrakt und Koffein. Das war's auch schon wieder. Das war jetzt, ähm, Frustra Fakta 6. Hier müssen wir rein, nicht wahr? Bei dem Banjo. Banjo. Ist das eine Banjo-Kazooie-Anspielung? Ja, meine Frage wäre jetzt... Komm, dahin. Oh. Also, ich vermute, ich stelle jetzt eine vage Vermutung auf. Der Toad ist da drunter. Applaus, Applaus. Waheyo! Baba, danke für deine Rettung! Wie kriege ich den? Muss ich den da rüberfeuern? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der effektivere Weg. Ah, du hast den Toad gefunden. Gut gemacht. Dann gibt es jetzt das Verstärkermaterial zu suchen. Das war ja im Film zu sehen. Weißt du noch? Viel Glück. So, komm mit, Baba. Aber, was gut ist, wir müssen den Toad nicht alle 5 Minuten jagen, so wie im zweiten Teil. Was auch gut ist, oh, dass wir das Ding finden. Baba, sieh mal, Luigi! Das ist das Material, das ich besorgen sollte! Da oben hätte ich es tatsächlich nicht vermutet. Ja, wie komme ich da hin? Du stellst dich da drüben auf die Plattform und nicht hier. Du stellst dich auf die andere... Sei froh, dass ich einen Kollegen habe. Der kann wenigstens was. Wait a second. That's impossible! Kann der Toad sich doch da drauf stellen? Der Toad kann sich da drauf stellen. Toad, du bist so... Geh weg, komm! Lol! Boah! Trickshot! Und, Luigi, mein liebstester Freund, holst du erst mal das Geld? Weil das ist genauso wichtig. Und dann das Ding! Ich brauche den Toad dafür, oder? Nein! Nein! Hä? Das ist komplett die falsche Richtung. Ich muss den Toad rüberballern zu... zu... zu Luigi. Hey, wie soll ich denn das sonst machen? Hä? Wo breit der denn ab? Da ist ja nichts! Hä? Bin ich lost? Kann das sein? Luigi, komm her! Baba! Ich hab's geschafft! Und jetzt dagegen fahren, oder wie? Ja, okay. Teleportation! Let's go! Hervorragend! Das ist genau das Material, das ich benötige! Gut gemacht! Dann mal auf zum Labor, Luigi! Damit können wir den Schrägweg-FLU verstärken! Jo, ganz dringend wieder raus hier! Und dann aufzustrandbar! Guys, ich... Hype des Todes! Perflixt! Der Weg vor dir ist blockiert, Luigi! Boah, ich glaube, der Text ist extra weiter nach links versetzt, dass ich hier meine Facecam lassen kann! Sieh dir am besten die Karte an! Sieh dir am besten die Karte an! Wir gehen mal die Ebene... Hier gibt's nicht sehr viel... Okay, I guess wir müssen da mal so ein bisschen rumlaufen! Und ich glaube... Das wird nicht ganz so entspannt wie erwartet! Ne, warte, hier ist doch irgendwo eine Leiter! Jo, dann nehmen wir die Leiter! Oder? Ne, wir müssen ja sowieso darum... Ne, dann nehmen wir den... Die andere Leiter! Ich glaube, das ist nämlich schneller, dort hinzukommen, wo wir hin möchten, als jetzt diese zu nehmen! Und einmal den kompletten Weg zu laufen! But we are going to see... What will happen! Aber ich bin auf deinem Rücken! Jetzt musst du noch mehr tragen! Hehe! Jo, lass uns hier mal durch! Der Toad... Startt Luigi so in die Seele! Das ist schon uneingenehm! Wunderbar! Skippen kann man dieses Scene leider nicht! Äh... Und jetzt gehe ich nach oben! Kann auch sein, dass ich komplett falle! Ja! Ist es nicht auch possible? Ne! Ähm... Ich bin davon ausge... Ach man! Alles wieder zurück, guys! Let's go! Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass wir von hier direkt dorthin kommen, wo ich hin möchte! Aber... Vielleicht bin ich... Ich dachte, wir kommen, wenn wir durch die Tür gehen, oben raus und nicht hier unten! Da habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt! Ein bisschen falsch memorised! Ähm... Ja, gut, dann... Nehmen wir vielleicht doch die andere Leute, die ich falsch vernehmen sollte! Vermutlich wäre das auch richtig gewesen! Und... Ich sollte einfach aufhören, meine eigene Entscheidung zu hinterfragen! Und... Ja, vielleicht meinen Rat auch selber befolgen! Aber das ist nicht so schlimm! Wir steppen einfach hier lang! Wir haben ja alles gut! Junge, der Toad ist so dumm! Ist er jetzt viermal runtergefallen, weil er es nicht schafft, einen geraden Weg lang zu laufen? Guys, einmal die klatschenden Hände in den Chat! In den Chat? Genau! In die Kommentare, die zwei klatschen in den Hände! Ihr wisst, was ich meine! Ähm... By the way... Ähm... Believe it or not! Es gibt, glaube ich, noch zwei Juwelen, die uns fehlen! Wo ich tatsächlich sogar weiß, wo die sich befinden tun! Ist das nicht schön? Ich sehe hier ein paar Boxen! Ja, reden wir nicht drüber! Wir haben eine Disco-Kugel, eine bunte! Hatte ich auch mal! Ich bin draufgefallen, die ist zerbrochen, die war aus Plastik! Reden wir nicht drüber! Das hat sehr, sehr weh! War eine Prellung! Ist ja auch egal! Hatte ich auch! Dreht sich so und macht so überall bunte Lichter! Keine... Real Disco-Kugel! So, jetzt müssen wir hier nach links! Cool, da sind Steine im Weg! Junge Toad, du bist der dümmste, den ich je gesehen habe! Junge Toad! Wenn ich jetzt wieder diesen... Junge, dieser Toad! Wo ist er denn jetzt? Oh mein Gott! Wie unnötig! Eins, zwei, drei, vier! Auf den Toad! Das hast du verdient! Baba, das hat weh! So! Ich wollte dich hier durchfeuern! Bewegungssteuerung! Du kannst die Steine kaputt machen! Toad, du bist Eins-Maschine! Tschüss! Lass dich zurück! Wo zur Hölle muss ich hin? Ich dachte, wir müssen nach der links... Nee, Toad, du gehst jetzt weg! Komm! Oh, Krabbenfallen! Ich will wissen, was da drinnen ist! Weil uns fehlen noch ein, zwei Juwelen! Deswegen möchtet ihr natürlich alles sehen! Weiter geht's! Hier von Jahren nichts beeinflussen lassen! Juni, ihr seid Mini-Geister, Mann! Ihr könnt nichts! Also, wenn ihr wenigstens was könntet, wärt ihr cool so! Also, das finde ich... Die sind einfach nur nervig! Hör doch auf jetzt! Kommen die unendlich? Dann muss ich schon sagen, an der Stelle maximal unnötig! Oh, wie gruselig! Wird es mich fast getötet? Passiert! Akzeptiere ich! Können wir mal bitte ganz kurz appreciaten, wie cool es ist, dass hier voll viele Goldspinnen einfach sind! Jetzt kommt wieder so ein Haraldson! Dann steht der Toad wahrscheinlich gleich wieder im Weg! In dein Gesicht, Toad! Hier, spür diesen Geist, Toad! Du hast es nicht anders verdient! Hier ist noch eins Goldbarren! Cool! Weiß ich jetzt nicht! So, hier geht ein richtig, richtig langer Weg! Ah! Jetzt erinnere ich mich! Hier entlang, Luigi! Der Weg soll zum Ausgang führen! Baba! Bin ja schon unterwegs! Aha! Geh doch weg! Wo ist er? Ich wollte erst pusten und dann saugen, weil los... Hier ist wieder eine weiße Wand, wo man den Toad gegenballern kann! Baba! Hör auf, mich zu missbrauchen! Nämlich gegen Wände zu werfen! Nur, das ist genau das, was ich tue! Nehme dich! Ich ziele! Wham! Wham! So wie Last Christmas! So! Hier comes the money! So! Ich würde sagen, wir steppen jetzt endlich mal da durch hier! Komm mit, Toad! Nimm dich schon mal, weil ich bin mir sicher, dass hier irgendwann eine Wand kommt! Sonst wäre ich dann nämlich schon beim letzten Mal durchgegangen! Ballons! Nimm mal eine Tür! Das ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen könnte! Oh! Okay! Ich wollte jetzt eigentlich erst Goeiji hier durchschicken! Ich bin schon da! Let's go! May the money be mine! Ähm, hier ist nicht... Hör doch auf! Warum sind denn hier die ganzen Mäuse? Die regen mich total auf! So! Was ist hier drin? Nur Geld! Ja, schade! Und warum konnte ich nach... An der Tür fehlt doch irgendwas! Yeah, you don't say, Mr. Eagilt! Okay, da befindet sich scheinbar nichts. Vielleicht kann der Toad helfen, danach zu suchen. Ja, äh, ich schmeiß den... Der hat doch sowieso eine Flugkurve. Mathematisch korrekt. Junge, diese Drecksmäuse. Junge, ich weiß, warum es Mäusefallen gibt. Junge, Tom und Jerry immer auf der falschen Seite gewesen. Gib mir das Ding jetzt hier, komm! Hallo! Ist der Toad dumm? Bring mir das doch runter! Ja, das hat viel zu lange gedauert. Mach dich nützlich jetzt hier, komm! Das ist so dumm. Das ist so dumm. Setz das jetzt da ein und lass uns da durchgehen, Mann! Weg hier! Damn, hat das lang gedauert! Wir können wirklich schneller laufen. Wir haben jetzt einen Turbolader oben. Und wir kommen in den nächsten neuen Bereich. Hier ist eine Goldspinne, die mir aber nichts bringt. Außer ich saug's... Nein! Ja, dann halt nicht, komm! Dieser dumme Toad! Geh doch weg! Unfassbar! Nervig! Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da runter. Ich sehe da unten... ...weiße Wände. Die man mal anballern könnte. Was ist hier? Seht ihr das? Ja! Hä? Als ob. Einfach mal kurz Splatoon in Luigi's Mansion. Habt ihr das auch gesehen? Oder bin ich einfach wieder ein bisschen broke gewesen? Da war... Wir haben alle Juwelen. Let's go. Da hat man so die Kulturen von dem Geist richtig... ...minimaler Unterschied gesehen. Aber das ist auch Sass, die Farbe. Die ist nämlich sehr hell. Okay. Dieser Toad ist so dumm. Geh doch weg! Nochmal eins weiter. Und... ...noch eins weiter. Und ich wollte den Geldsack hier noch. Wuuuuh! Okay. Ähm... Wir haben alle Juwelen. Das heißt, wir müssen eigentlich auf nichts mehr achten. Wir können hier ganz entspannt jetzt zum Ziel laufen. Ist das nicht schön. Ich glaube, ich bin schon wieder zu aufgelegt. Ich versuche ja... Ich versuche ja richtig zu trennen. Let's Plays immer ruhig und entspannt anzugehen. Und, ähm... ...die Montagsvideos immer so ein bisschen... ...mit mehr Energie dahinter. Luigi, ich weiß, dass es ein bisschen ekelig ist. Aber du musst da jetzt durch. Also komm in die Gänge. Ja, also Luigi ist ein Klempner. Ich glaube, das sollte ja kein Problem sein. So, ähm... Ich versuche da immer so ein bisschen zu gucken. Oh, ihr seht das gar nicht. Da sind, ähm... ...Dings gewesen. Da waren Mäuse und ein Geldsack. So, hier, damit ihr dies auch erspähen könnt. Oh, da dreht sich was. Vielleicht kommt da auch noch Geld raus. Nee. Gut. Dann können wir ja hier mal weitergehen. Durch diese Tür. Wir sind wieder in einem neuen Bereich. Oh. Hier hatte jemand... ...D-Damenbesuch. Es tut mir leid. Hey, wie cool ist das denn? Wir pusten. Was bringt mir das? Oh, muss ich hier den Tod reinfeuern? Ich bin ja in sowas hier... Hallo. Äh, Toad. Ich hasse Toads. Hä? Wohin fliegt er denn? Ich probiere es jetzt noch einmal. Wieso fliegt denn der so straight up nach oben? Als wäre er so ein bisschen kaputt. Ah, nochmal. Letzter Try. Ihr seht. Schaut, wo das Ding hinzieht. Genau in das Loch. Ja, okay. Komm. Das ist der größte Scammer. Drei Perlen? Ja, let's go. Spilo einfach verdoppelt. Vielleicht ist der Tod zwischen dem Zahnrad zu Schaden gekommen, aber das ist mir egal. Du bist nur einer von tausenden Individuen. Ist rassistisch, wenn ich sage, dass Toads alle gleich aussehen, außer dass sie unterschiedliche Farben haben. Na, ist mir eigentlich relativ egal. Ich hasse sie abgrundtief. Nicht, weil sie tot sind, sondern weil sie tot sind. Muss ich den großen Geist noch besiegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können jetzt ganz entspannt hier raus. Und dann beim nächsten Mal weitermachen. Wieso erschreckt er sich so? Ja, ist das nicht schön? Wenn der Tod jetzt wieder dazwischen gekommen wäre, geschrien hätte ich. Da ist der andere. Let's go. Den habe ich auch direkt. Oh ja. Jetzt geht's. Zack auf Zack. Auf den Tod. Ich feuer ich jetzt weg und hau ohne dich ab. Lauf, lauf, lauf. Luigi, komm. Also, warte. Wollte ich das nicht vorher auch schon machen? Ist nur so eine Frage. Luigi, schlechte Nachricht. Das Transfersystem will ich ver... Ja, ähm. Ja, du musst jetzt mit dem Aufzug fahren. Damit die Mission auch Sinn ergibt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Aufzug zu Dr. Professor Igitt. Kann ich eigentlich mit dir interagieren? Kann ich blenden? Kann ich ja wegpusten? Gut. Ich weiß, dass Luigi sich selber blenden kann durch den Spiegel. Das ist zu gut. Strong, strong. So, jetzt lass uns doch bitte hier raus. Wie lang... Das lädt ewig lang. Das Spiel sieht doch einfach wunderschön aus. Also, könnt ihr mich sagen, ich nehme jede Ladezeit im Kauf, wenn jedes Nintendo-Spiel so aussehen würde. Imagine Pokémon würde so aussehen. Imagine. Wo denn? Da. Da. Waui, 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 waui. Let's go. Hä? Hat der überlebt? Mit wie viel Leben? Mit wie viel Leben hat er überlebt? Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Mit... Ach so. Klar. Ist okay. Ach komm. Wir akzeptieren uns an der Stelle einfach. Ich würde sagen, wir steppen hier durch. zu Professor Doktor Igitt. Und wir beenden unser Leiden. Ganz, ganz schnell. Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Du meinst den Turbolader, Igitt. Nozibigagi. Worauf wartest du denn? Und gib mir den Schreck weg. Er fällt mir auch gleich. Na los doch. Ja. Oh. Baba, ich war im Hintergrund. Hab gewunken. Darf ich dich nun um etwas mehr Begeisterung bitten? Meine Modifikationen der Schreckwelt XFU sind abgeschlossen. Mit Hilfe der Super-Saugkraft kann die Effizienz des Gerätes jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einer Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein klitzekleiner Nachteil. Was ist denn? Drehstrom oder wie? Ist ja auch egal. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die Saugkraft ist. Apropos. Hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbar versperrt hat? In Anbetracht von Super-Saugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin. Und suche nach der Spezialsteckdose. Ich würde sagen, das tun wir doch gleich. Aber. Bevor wir das tun, holen wir noch ganz kurz das Juwel. Ich glaube, aus Etage 4 nach. Denn hier im Konzertbereich fehlt uns tatsächlich noch ein Juwel. Und. Oh mein Gott, ihr übertreibt es aber auch komplett mit den Geistern jetzt, oder? Okay, aber ich habe ihn. Ich hoffe, die Brillen von den Kollegen gehen dadurch kaputt. Ich habe einen Geist jetzt siebenmal auf den Boden geschleudert. Keine Ahnung, war das gut, war das schlecht? Das ist auf jeden Fall ein Achievement. Ey, das ist komplett übertrieben. Weg mit euch. Komm hier. So, und darüber noch. Oh, da gibt es schön die Herzen. Let's go, die werden getaked. Aber auf ganz entspannt. Du, das ist komplett übertrieben, habe ich schon gesagt. Wie viel kommt denn hier noch? Jetzt mal beides stunnen. Oh, dann. What? Von was wurde ich getroffen? No. Von ihm. Hör doch auf. So, rein da. Wo seid ihr? Komm her. Hör doch auf jetzt. Er wirft mir das die ganze Zeit ins Gesicht. Unfassbar ekelhafte Geister. Ich weine. Ah, das ist ja schon eine Frechheit, ist das. Eine komplette Frechheit. Einen davon habe ich jetzt. So. Auf die beiden drauf. Warum ich den anderen... Warum... Jo, schaut mal bitte kurz einfach unten in die Spiegelung. Von dem Geist. Wie pixelig wollt ihr sein? Ja. Aber wisst ihr, was funny ist? Es sieht halt trotzdem besser aus, als das, was Pokémon uns liefert. Hör doch jetzt auf. Das ist so ein Hans Haraldson. Sag ich, wie es ist. Also dich verkaufe ich bei Ebay. Aber bei Großanzeigen. Unfassbar anstrengend tatsächlich. Aber hier befindet sich eine dieser super duper Steckdosen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal darum. Es wird jetzt ein bisschen laut. Aber es wird krass. Brumm, brumm. Ja. Ich würde sagen, das passt doch. Damit können wir nun alles wegsaugen. Das komplette Bühnenbild verschwindet. Und dahinter befindet sich... Ein Orchester. Und dieses müssen wir... Sind wir wieder back? Guys, mein PC ist an der Stelle einfach mal kurz abstürzen gegangen. Äh. Okay. Dieses Orchester müssen wir einsaugen. Und wenn wir das gemacht haben, ist dann gut hier. Geisterorchester-Besieck. Ich bin maximal skilled jetzt. Auf einmal sagt mein PC einfach Goodbye. Links Blue Screen. Irgendwelche Fehler. PC sammelt Daten und dann ist er heruntergefahren. Ich bin so froh, dass ich ein MKV... Auf dem MKV ist ein Dateiformat. Was? Wenn es einfach aus dem Nichts abgebrochen wird. Ähm. Hier befindet sich, by the way, das Juwel. Ähm. Trotzdem bis zu dem Zeitpunkt hin gespeichert bleibt. Es fehlen halt die letzten 5 bis 10 Sekunden. So hätten wir dieses Juwel auch. Und guys. Beim nächsten Mal machen wir die Strandbar. Wer euch das Ganze gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare. Hashtag SaveMyPC. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.